Das Christieville 22 ist ein Jugend-Event für diese Generation. Zusammen mit über 80 Organisationen veranstalten wir gemeinsam diesen Event hier in Erfurt. Wir wollen junge Menschen ermutigen, ihren Glauben zu leben. Und wir wollen immer wieder Begegnungen ermöglichen mit den Leuten in Erfurt. Deswegen brauchen wir das Riesenrad. Warum ein Riesenrad hier auf dem Domplatz? Das Christieville wird dadurch sichtbar. Das Riesenrad ist hier ein zentraler Punkt inmitten der Altstadt. Es ermöglicht Begegnungen zwischen den Teilnehmenden und Erfurter Bürger und Bürgerinnen. Die Menschen kommen ins Gespräch über persönliche, geistliche und vor allem gesellschaftlich relevante Themen. Wichtig hierbei, man kommt miteinander ins Gespräch, geht in den Diskurs und tauscht sich über verschiedene Meinungen und Standpunkte aus. Aber nicht nur die Begegnung steht im Vordergrund, sondern es sind auch coole Aktionen geplant, wie zum Beispiel wird es eine Lobpreisgondel geben, eine Seelsorgegondel, eine Stadtführung über den Dächern Erfurts und viele mehr. Das Konzept beim Riesenrad ist es, dass es für alle kostenfrei ist, sowohl für die Teilnehmenden als auch für die Bürger hier in Erfurt. Mit eurem Beitrag macht ihr dies möglich, dass alle es nutzen können zur Zeit des Christieville. Wenn ihr die Vision und das Herz dahinter teilt, würden wir uns riesig über eure Unterstützung freuen. Wie das abläuft, erfahrt ihr hier in dem unten stehenden Link. Dort ist alles weitere erklärt. Wir schenken Erfurt ein Riesenrad.